Ja hallo, hier ist Dr. Helmschermeyer, Partner bei euch und Beziehungscoach. Oh, das sage ich jetzt mal gar nicht mehr, weil ich gerade eh praktisch keine Sessions mehr anbieten kann. Genau, vorab noch, es gibt Liebeship Live-Tag, dieses neue Format, ist auch in Hamburg ein Termin, ich glaube 28.03. kann man auch im Rahmen dieser Aktionen buchen, die es gerade gibt, Liebeship, 20 Aktionswoche, 20 Prozent. Und da möchte ich nochmal hinweisen auf den Adventskalender, weil es ja der 1.12. Und es gibt noch so ein paar Tickets für die Lesung in Murnau am Freitag. Ja, genau, heute Thema ist die Matrix und das nice geile Leben. Ja, warum geht es da? Ja, es ist jetzt ein bisschen wieder etwas, sagen wir mal, spirituelleres Video, wobei ich empfinde das schon gar nicht mehr als spirituell alles. Man gewöhnt sich so langsam dran. Ja, das Ding ist, also auch da wieder, vielleicht resoniert dieses Video mit dir vielleicht nicht, überhaupt kein Ding, es gibt viele Wahrheiten und alles fein. Ja, aber aus meiner Sicht, ja, leben wir ja alle in so einer Art Matrix, Holodeck, was jetzt nicht heißt, dass hier irgendwas fake wäre, das ist alles real geschöpft, Schöpfung, die wir genießen sollen. Und das besteht aber alles aus Energien. Und wir können das Ganze steuern irgendwo mit unseren Energien. Also ich glaube, wir sind hier, ja, um uns, also jeder ist freiwillig hier, hundertprozentig. Ich glaube auch, wir haben uns das viel mehr gewünscht, hierher zu kommen, als wir das jetzt denken, wo man so drinsteckt, in diesem ganzen Sumpf hier und wir vergessen haben, wo wir herkommen, wo wir uns aber vielleicht irgendwann auch mal wieder dran erinnern dürfen, dass wir eben viel mehr sind als, ja, dieser Körper. Wobei wiederum nochmal, auch unser Körper ist ein großartiges Instrument, großartiges Feld, in dem wir uns erfahren dürfen. Auch da ist nichts falsch dran, wollten wir alles. Und ja, und gerade eben in dieser Dualität, die es ja hier gibt, dieses schwarz-weiß, hell-dunkel, gut-böse, können wir uns halt irre gut erfahren. Also wir können zum Beispiel lernen, was Liebe ist durch Nicht-Liebe. So, ne, wobei uns ja praktisch in jedem Video geht hier bei mir. Wir können erfahren, was, ja, was wir in der Tiefe wollen durch, durch diesen großartigen Kompass, den wir alle haben. Dieses, einfach nur dieses Bauchgefühl, das Gefühl, was wir haben. Fühlt sich irgendwas gut an? Dann, ah, das wollen wir scheinbar. Fühlt sich schlecht an? Ah, das wollen wir scheinbar nicht. Also in diesem ganzen Prozess, der natürlich manchmal schmerzhaft ist, können wir uns einfach irre gut erfahren, wer wir sind, können unser Bewusstsein ausdehnen, können neue Dinge erleben, können uns neu ausprobieren. Also es ist ein riesiger Abenteuerspielplatz hier, den wir aber alle, ich habe auch nicht eingeschlossen, nicht komplett nutzen. Und, ähm, aber den können wir alle noch viel mehr nutzen, indem wir, ja, da noch viel mehr drauf hören. Also was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und indem wir konsequent unsere Schwingung, was auch immer das ist, erhöhen, was wiederum geht durch ein nice geiles Leben im Inneren und im Außen. Ich verweise auch nochmal gerne auf meinen neuen Kurs, ne, den es jetzt bald gibt, Spiritualität und alles geiles Leben. Ähm, habe ja auch schon Videos dazu gemacht auch. Ähm, also indem du sozusagen konsequent dich auf ein höheres Niveau bringst. Ähm, ähm, ja, gehst du auf ein anderes Energieniveau. Und weil das ja alles Energien sind, antwortet das Universum auf eine ganz andere Art zu dir, ne. Also du kriegst, du kriegst immer Feedback, ja. Du kriegst immer Feedback und, äh, niemand tut irgendwas zu dir. Es ist alles eine Reflektion, aber es ist auch, ich meine, es ist eigentlich total geil und gleichzeitig ist es so eine bittere Realität manchmal, aber es ist auch total geil. Alles, was dir passiert, ist eine Reflektion von, äh, Glaubenssätzen, Dingen, die du vielleicht sowieso schon vorgenommen hast, ähm, wie du gerade drauf bist, äh, alten Glaubenssätzen, alten Traumata, alten positiven Ressourcen, äh, die du in dir angesammelt hast, äh, und es ist immer wieder ein Feedback. Immer wieder kriegst du alles, was du erlebst, ist hier Feedback, 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 Feedback. Und das ist super spannend, das, äh, unter dem Aspekt mal zu sehen, was du hier erlebst und dann wird es nämlich richtig geil, finde ich zumindest. Ich finde es eigentlich großartig. Äh, das ist alles immer, ne, und da, da geht noch so viel mehr hier. Ähm, sobald man mal aus diesem blöden Opfer-Ding, äh, was ich jetzt mit allem Respekt sage, wie gesagt, es gibt hier wirklich Leid und das ist auch real, ne. Ähm, aber sobald man mal rausgeht an diesem, aus diesem, ich kann ja nichts dran tun und das passiert mir immer nur, also als Mindset meine ich das jetzt so, ähm, da sieht man plötzlich neue Möglichkeiten und das ist, äh, mega geil und, ähm, dann sieht man auf einmal, ja, das ist eben, wir sehen das ja immer nur in dieser Begrenzung hier manchmal und, ähm, hoffen vielleicht auf dieses, ja, Gott, wenn ich dann sterbe, dann komme ich wieder in, ähm, was, was ich wohin, ja, wird auch so sein, denke ich, aber, äh, wir wollten alle hier sein, wir wollten alle hier sein, alle, durch die Bank, wir wollten alle genau hier sein, auch in dieser Zeit, also, ähm, und, äh, wir wollten genau auf dieser Erde sein und, äh, und, äh, uns erleben und diesen Abenteuerspielplatz nutzen, so, ne, und, ähm, ja, und es wird auch, ich bin überzeugt davon, dass es, äh, noch, äh, ja, noch viel coolere Zeiten kommen, es auch gerade irre viel Bewegung ist, also, ich spüre das auf jeden Fall so und, ähm, ja, und wir wollten in dieser Zeit hier sein und, äh, ja, wir wollten uns hier in dieser ganzen, dieser ganzen irrwitzigen Achterbahnfahrt, dieses Leben ist unser Leben und, ähm, wenn du das mal so annehmen kannst, dann, äh, merkst du auch, ja, es ist natürlich Tage gibt, die scheiße sind, ne, klar, aber es ist immer wieder ein Feedback und immer wieder kannst du, ähm, ja, deine Energie auf ein anderes Level bringen und das ist auch nicht schlimm, wenn es dir mal nicht gelingt, dann denkst du dir, okay, ja, gut, morgen wieder ein bisschen mehr Selbstliebe, ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen mehr, äh, alte Glaubenssätze loslassen und, 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 äh, ist total spannend, ja. Trotzdem heute nochmal eine Mail, ich die jetzt, äh, finde, was natürlich großartig wäre, ähm, und zwar, einfach, ja, ist jetzt so eine normale Mail, wo bin ich da gerade auf dem Weg, geht nur darum, das mal unter dem anderen Aspekt zu sehen, so werde ich hier gleich bestimmt ein Stück rausschneiden, so, da ist schon, lieber Christian, ich hoffe, dass du auf meine Frage vielleicht sogar mit einem Video antwortest, weil ich denke, es betrifft viele, wenn man an seinem Liebeschip arbeitet, trifft man ja auch immer gesündere Partner und lernt durch neue Datingerfahrungen sortiert aus, zum Beispiel, bei mir ist es aber so, dass ich zur Zeit nicht date, weil es sich einfach nicht ergibt und ich nichts krankhaft erzwingen will. Das ist schon mal total großartig richtig, also dieses Ganze erzwingen wollen, ähm, ja, das ist wieder so eine Energiegeschichte, ne, also wenn du irgendwas jagst, also was ja erzwingen, äh, jagen ist ja, jagen und erzwingen ist ja ganz ähnlich, so, wenn du irgendwas jagst, was macht es, es läuft weg, also natürlich weiß das Universum, was du willst, vielleicht eine schöne Partnerschaft, aber wenn du das jagst, ja, anstatt, dass du darauf vertraust, das ist ja auch irgendwo, das Universum will dir nichts Böses oder so, das spiegelt sich nur immer wieder, ne, und, ähm, ja, und es gibt da nichts zu erzwingen, sondern es gibt das, sich hinzusetzen, sich zu freuen, also auf das, was kommt, wie wenn du schwanger bist, du bist ja schwanger, sagen wir mal, und freust dich schon auf, also du siehst, in deinem Bauch wächst schon das Kind, freust dich schon drauf und du freust dich ja jetzt schon drauf, auch wenn es jetzt nicht da ist, ne, freust dich jetzt schon drauf, weil du weißt, es kommt in neun Monaten und das ist genau so eine Haltung, sollte man im Dating haben, das ist so eine Haltung von, ja, ich freu mich schon drauf, auf den coolen Partner, der da kommt, ja, ist noch nicht da, aber es entwickelt sich gerade alles und, boah, ähm, bleibt meine Entwicklung dann auf der Strecke, das ist ein negativer Glaubenssatz, ne, natürlich nicht, so, ne, innerlich entwickle ich mich, das merke ich, ja, siehst du, das ist deine Dating-Schwangerschaft, warte, was rede ich für solche, warte, ey, ähm, so, ich gucke deine Videos jetzt bestimmt schon seit drei Jahren, aber ich frage mich, ob ich, wenn ich anfange zu daten, trotzdem noch durch diesen ganzen Dating-Kram muss und sozusagen viele Frösche küssen muss, nein, das muss überhaupt nicht so sein, das hängt nur von deinem Energiesystem, was sich natürlich in der Regel schon entwickelt, ne, das ist schon eine Entwicklung, äh, aber es ist durchaus möglich, dass du ohne irgendwelche Frösche küssen direkt den richtigen Begriff, das ist, alles ist möglich, ne, und glaub da auch dran, so, ne, dass es möglich ist, ähm, so, brr, 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 also, ob ich jetzt für mich alleine lerne und am Ende dann trotzdem diese Erfahrung sammeln muss, ne, muss gar nichts, es gibt hier keinen Plan außer deinen eigenen Plan, so, und kann natürlich trotzdem so sein, aber du kannst das Ganze unterstützen, indem du dir jetzt schon vorstellst und dich drauf freust, ähm, wie dieser tolle neue Typ sein wird, der dann irgendwann über den Weg läuft, an der Kühltheke oder wo auch immer, ne, ähm, so, oder liegt das an Leinen entwickeln ungefähr auf der gleichen Mitte im Daten und es kann sein, dass ich nicht erst viele Landmänner kennenlernen muss, weil ich ja auch für mich alleine an mir arbeite, ja, genau, also es gibt sicherlich Sachen, die man besser in einer Beziehung bearbeiten kann und es gibt Sachen, die kann man besser außerhalb einer Beziehung bearbeiten, aber beides ist gleichwertig, ja, absolut. Mir ist klar, dass es nicht bei jedem gleich ist und dass du, wie du immer so schön sagst, keine Glashugel hast, naja, so eine kleine habe ich hier, die zeige ich immer nicht, die steht hier hinten, ähm, so, aber vielleicht kannst du dir aus deiner Erfahrung was dazu sagen. Ja, was du jetzt gucken könntest, ist, du könntest gucken, hast du noch Glaubenssätze, dass der Richter einfach nicht kommt, wo das für dich nicht da ist oder dass es für dich keinen guten gibt, das könnte zum Beispiel bedeuten, dass es noch dauert, oder, du könntest gucken, ja, vielleicht ist es ja auch richtig, dass es noch dauert, weil ich muss ja noch ein paar, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit, ich muss noch ein bisschen mehr in die Selbstliebe, noch ein bisschen mehr meinen Glaubenssätzen fallen und der wird dann schon kommen, ne, also da könntest du noch mal gucken, wo bist du mit deinen Energien gerade, gibt es da noch Glaubenssätze, aber auch nicht auf so eine angespannte Ego-Art, oh Gott, wieso ist der ich immer nicht da, weil das ist auch, das Ego ist immer so, jetzt mache ich doch alles richtig, jetzt habe ich doch, ähm, weiß nicht, die Videos gemacht, oder welche von Christians Kosen gemacht, das muss doch sofort, muss ich doch jetzt meinen verdammten Centpreis kriegen, aber nein, das ist, äh, ist immer noch, darfst du lernen, in die Entspannung zu kommen, es ist alles am Bären und ich relaxe und es ist, ich genieße mein leistgeiles Leben und so weiter und wir werden uns bald wieder sehen.